Sagen Sie, Frau Fon, entschuldigen Sie, kann ich das so machen wie bei mir zu Hause? Aber natürlich, Herr Hengen. Da mache ich das immer so, wissen Sie? Mh, so wundervoll, wundervoll. Hat ein zartes Fleisch, die Gans. So zart. So zart wie das Ihre, Frau Korn. Sehr gring. Frau Korn. Frau Korn. Ich möchte... Ich würde... Ich möchte... Dann rechnen Sie sich aus, Herr Korn. Wenn ich dürfte... Dann möchte ich... Sie dürfen, Herr Korn. Wenn ich darf... Dann... Dann nehme ich mal noch ein Stickel, Frau Korn. Ich möchte... Dann rechnen Sie sich aus, Herr Korn. Haben Sie noch einen Wunsch, Herr Grün? Ja. Ja. Gestatten Sie mir, dass ich mir die ganzen Reste einpacke. Bitte. Bitte. Ich danke sehr. Bitte. Ich danke sehr. Vielen Dank.